Auf Hochtouren liefen die Vorbereitungen zum heurigen Quadtreffen am Atomreaktor in Zwendendorf. Doch so recht in die Gänge kommen wollte es dieses Mal einfach nicht. Am 20. Juni 2015 fand das Kulttreffen statt oder besser sollte es stattfinden. Denn mit so heftigen Regenschauern hatte niemand gerechnet. Dabei hatten sich gar nicht mal so wenige Tapfere auf den Weg an den einzigen Atomreaktor Österreichs gemacht. Insgesamt dürften es rund 100 Pilotinnen und Piloten mit etwa 40 Fahrzeugen gewesen sein. Starkregen löste am Atomkraftwerk dann eine Kettenreaktion aus. Kein Stuntfahrer, kein Geschicklichkeitsparcours und auch kein Viertelmeilenrennen. Kein Moderator, sogar die Mitglieder des Austria X-Teams fielen aus. Vielmehr hätte wohl kaum schief laufen können beim Quadtreffen am Atomreaktor 2015. Doch ein paar Programmpunkte haben dann doch ganz fein funktioniert. Allen voran die gemeinsame Ausfahrt durch die Donauauen. Pünktlich nach der Rückkehr öffnete Petrus die Himmelsschleusen. Zeit genug, die Trophäen zu verleihen. Dabei konnten 17 Mitglieder des Quadclubs Neusiedel dem Pokal für die größte angereiste Gruppe entgegennehmen. In den Pausen der ersten Regenbogenparty am Atomkraftwerk ging sich dann durchaus auch ein bisschen Spaß aus. Die Burnoutplatte erwies sich als überaus brauchbar, auch wenn die Nässe darauf wie Klebstoff zu wirken schienen. Was bei all dem Regen natürlich richtig klasse funktioniert hat, war die Schlammgrube, die sogar mit Automobil im Quert ergründet wurde. Allerdings mit wenig Erfolg. Gut, dass Martin Sojak vom Quad-Händler XDW in Zwentendorf einen dicken Dodge-Sein eigen nennt. Wobei man fairerweise sagen muss, dass es beim sechsten Quad-Treffen am Atomreaktor auch die ATVs nicht ganz einfach hatten in der Schlammgrube. Vor allem, wenn man den Haken der Seilwinde nicht rechtzeitig höher gelegt hat. Zurück zum Thema, dem Starkregen heute, der die ATV und Quad-Piloten in gewisser Weise dazu bewog, sich auf dem sechsten Quad-Treffen am Atomreaktor in ein Öffi zu bewegen. Wenn auch ein ausrangiertes, den Partybus von Offroad-Legende Gerhard Mut nehmt es. So konnten die Besucherinnen und Besucher des Quad-Treffens am Atomreaktor 2015 in aller Ruhe und bei Trockenheit Benzingespräche führen. Und sie hatten sich richtig viel zu erzählen. Die Stimmung war klasse und das bei dem bescheidenen Wetter. Und der Tenor lautet Peter, Kerstin und Martin. Lasst euch nicht unterkriegen, wir freuen uns bereits auf das siebte Quad-Treffen am Atomreaktor im folgenden Jahr 2016. Musik Applaus Applaus